Hallo miteinander, ich bin Florian, ich bin Systemgastronom bei McDonalds und das im ersten Lehrjahr. Hallo zusammen, ich bin Kevin, ich bin im zweiten Lehrjahr und mache den Lehrjahr als Systemgastronom bei McDonalds. Für die Lehre bei McDonalds habe ich mich entschieden, dass ich seit kleinem auch bei meiner Familie im Restaurant dabei gewesen bin. Und sowohl auch allgemein in meiner Familie sehr viele Personen mit Gastronomie zu tun haben. Am besten an den Job gefällt mir, dass man sie schnell und früh Verantwortung übernehmen kann. Natürlich muss man sie aber auch beweisen. Am Morgen fange ich meistens um 8 Uhr an, ich vorbereite dann noch Sachen, wie die Küche, die Kasse. Während der Mittagszeit, hilfe ich dann am Service, also am Drive. Ich kassiere, je nachdem was Hilfe braucht, Essen am Tisch zu bringen. Und am Nachmittag tun wir dann wieder zusammen aufräumen, alles auffüllen, damit das am Abend wieder alles bereit ist. Und tun wir noch die Kasse ziehen. In guten Ländern bei McDonalds musst du gut überlegen können. Und auch in der Stresssituation im Köderkopf halten können. Jetzt habt ihr Einblick auf unseren Berufsalltag. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir jetzt. Geht. Untertitelung des ZDF, 2020